Ich schau heute mal Kino zu Hause. Heimkino zu Hause beim Medienkanzler. Wo denn sonst? Ultra HD Web TV, Sondersender Nordrhein-Westfalen. Ich mach diesen kleinen Videoclip hier für alle, die auch so ein Super Sound Kino ihr eigen nennen. Und was schaut man heute richtig? X-Man kommt heute. Was ist heute richtig? Sonntag ist heute. Die ersten Sonnenstrahlen waren da. Jetzt hier im April. Ach wie wunderbar. Ich hab einfach Lust so lauter in die Kamera jetzt hinein zu sprechen. Euch alle zu begrüßen bei Ultra HD Web TV, Sondersender NRW und euer Medienkanzler Videoclausch. Ja, es macht tierisch viel Spaß unter euch zu sein, Videoclips zu machen und einige Ideen auf den Weg zu bringen. Heute sprachen wir über Star Wars unendlich. Star Wars wird unendlich in 8 Monaten im Kino mit Rogue One. Und jetzt am 28., also in 24 Tagen, ist heute in 24 Tagen Star Wars, das Erwachen der Macht, auch in euren Heimkinos, TVs, Flats zu hören, zu sehen, zu erleben. Was will ich mit diesem Videoclip erreichen hier als Videoplausch? Ja, viele machen tolle Filme, super tolle Filme, spitzenmäßige Filme, grandiose Filme. Und da, wenn man sich die alle anschaut, merkt man, was merkt man? Richtig, Star Wars wird unendlich. Ja, Star Wars wird unendlich, denn wenn man alles zusammenschneidet, was Fans, Regie, Assistenten, Studenten, Maul, ja, der Superstar ist nicht mehr Darth Vader, es ist Maul, yeah, der Darth Sith Lord oder Mogus kommt vielleicht demnächst ins Kino, wer weiß. Star Wars unendlich, Star Wars ist das Universum, Star Wars ist alles. Star Wars wird nicht alles, sondern ist alles. Eins bis unendlich schmilzt zusammen Rebels, die ganzen Stormtrooper, die Schwarzen, Darth Vader mit Mogus, mit Sith Lords, ja, ihr merkt schon, worauf will ich eigentlich hinaus? Star Wars wird unendlich. Star Wars ist das Universum jetzt. Star Wars ist nicht mehr das, was es 1977 mal gewesen ist. Star Wars ist wirklich erwacht. Und deswegen habe ich mir diesen Spaß jetzt hier erlaubt, euer Medienkanzler in der Werbepause von X-Men Universe diesen Videoclip zu machen. Natürlich wollte ich auch das neue Programm testen. Ist ja klar, ein bisschen Eigennutz muss ja sein. Also, nehmt es mir nicht übel, aber ich lasse dieses Video einfach mal so im Raum. Star Wars wird unendlich. Star Wars ist alles. Star Wars mischt Fan... Ach, alles. Star Wars hat sich verselbstständigt. Star Wars... Oder ist alles...